hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute verspielt TAP TITAN 2 ich werde es mal starten ich habe es schon heruntergeladen mein Account ist nicht da ich habe es jetzt mal anders gemacht ich habe jetzt mein Konto verimpft mit meiner E-Mail-Adresse mal schauen ob das jetzt was bringt ich überhaupt nichts mehr sehen was ist wenn ich den Schiff drücke auch gleich gedrückt lassen dann mal schauen wie weit ich komme so 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 Prozent ich brauche die anderen Leute nicht ich brauche noch nicht Oh, ein Haustier Ja, Tipp! Ich bin gespannt, wie weit ich komme Sieht zumindest sehr gut für mich bislang aus Fortschritte... da ist noch ein Fortschritt Geh, Geh, Geh Oh Mensch, bin ich gut Zack, Zack Ich bin beeindruckend Beeindruckend Du bist froh noch ein Fortschritt Wie Welches Level bin ich? 22. 23. Ich bin so gespannt am nächstes mal, ob das geklappt hat mit dem Verimpfen. Hat mir alles notiert. Es muss ja jetzt so gehen. Nachricht, keine neue Nachricht. Oh, ich werde langsamer. Ich bin schon Level 94. Wir ripen immer die Nachricht. Go, go, go. Also bislang gehe ich ja nur auf mich, ich bin Level 111 und das sieht eigentlich gut aus. Wofür braucht man die anderen dann? Naja okay, die kämpfen ja für dich weiter, wenn du nicht da bist. 126. 126. 126. 126. 126. 139. 159. 146. 159. 179. 169. 189. 1910. 189. 1931. 1924. 2029. 3031. 2035. Ja. Ja. Tödlicher Schlag. Was kann ich denn nicht kaufen? Ich hab doch 200.000. Das kostet nur 16.000. Hm. Das kostet nur 16.000. Tödודה. Wir sind im Level 41 oder Stufe 41. Ich bin Level 186. Ich bin Level 21. Oh, da. Oh, okay. Oh, das wird jetzt auch schon knapp, ja, aber schaffe ich noch. Level 45, Stufe 45, Level 190 besser gesagt, ach ja, 780 Gold, aber schon 1180 Gold. Oh, das ist ja, 880 Gold. Achso, um mal den Helm auszutauschen. Alter. So. Aber ich level die nicht auf. Ich möchte nur mich leveln. Ach, ich war ja beim Boss. Los, ich schaff ihn noch, ich schaff ihn noch. Boah, ganz knapp. Boah, wenn es da PvP geben würde, wäre ich sowas von im Vorteil. Ich glaube nicht, dass man so schnell in Wirklichkeit drücken kann, oder? So. 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 Ich bin Lewitt 210. Du was, geht wieder leichter. So. 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 Oh, da ist wieder ein Bast. So, da ist kein Boss. Erreicherstufe 56. Jetzt sind wir doch gleich da. Wann kommt der Nächste? Ah, bei 200 Pion. Wann kommt der Nächste? Wieder ein Boss. Go, go, go! Meine Hand schläft mir schon ein. Die ganze Zeit auf die eine Taste drücken. Oh nein, ich bin doch gerade im Boss. Noch geschaffen. Ach, erneuer. Ja, ne. 1,1. 1,07. Ja, der ist besser. Das ist auch Stufe 60. Nächste Quest. Nächste Quest. Und... 60. Aber gleich erreicht. Ja, die sind ja noch 58. Da müsste ich aber... Die sind sehr schnell unterwegs. Ich habe leider nicht auf die Uhr geschaffen, wieviel... Minuten wir schon spielen. 50 Pion. 50 Pion. 21 Pion. 9 Pion. Boah. Wir machen auch viel Geld. Oh, das ist knapp. Es wird wieder knapp. Ok, jetzt kriegen wir hier die Quest. Geld. Und dann sind wir wieder. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein. Boah. Müssen wir das wirklich machen. Abbrechen. Ah. Ich muss das machen. Und alles wieder weg. Ja. Es riecht aber schöne Sachen. Ba-bam. Und was haben wir da drinnen? Gold. Schön. Ausrüsten. Nee, der ist besser. 1,2. Oh, ich habe alles. Das habe ich bei meinem anderen Charakter nicht gehabt. Schön. Ja. Red Dog. Ja, also. Ich würde mal sagen. Einsam. Wow. Ich habe drei Tiere gekriegt. Fehlt eigentlich nur noch die eine Quest. Wer hat hier eine passive Fähigkeit? Aus die Schaden. Ah, der ist der Beste. Der Anzug. Der Hut. Und hier haben wir. Dies ist besser. 2.014. 1.2. 1.2. 1.8. 2.3. 2.3. Ja. Ja, ja, ja. Verkaufen. 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 Ich muss ja noch eigentlich eine Schmieden. Keine Ahnung, wie das geht. Zerlegen... Na gut, aber ich denk mal, dass... Ich schimmel jetzt noch einmal... 380... ok... Ganz schnell... Ganz schnell könnte ich auch noch nicht weiter kämpfen. Auch den zweiten Charakter holen. Natürlich level ich mich da auch ein bisschen mit jetzt erst noch auf. Das geht ja ganz schnell. Es ist ein paar Sekunden noch. Ah, sag mal, wir müssen es nicht gut. Bam, 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 bam... Wenn ich bei 180 bin, hole ich mir ein anderer Charakter. So, ich bin... Hier ist bei 180, ein anderer Charakter, da ist er. So... Ja klar, wir müssen weiter stochen. Jo, ich sag mal, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal hier bei seid. Und bis dann macht euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!